Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder vom Murder Mystery Server mit Chaos Schnitzel. Moin Leute. Leute, wir machen wieder die Städte unsicher im Murder Mystery. Diesmal werde ich zu 10% Mörder, hoffentlich. Okay, dann werde ich dich können. Was? Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Noch nichts. Noch nichts. Noch nichts. Gleich werde ich alle abmuchsen. Ich bin unschuldig. Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon eine positive Bewertung da, Leute. Falls ihr Murder Mystery feiert, ich weiß, dass ihr es feiert, deswegen spielen wir es auch so gerne. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht machen wir nächstes Mal auch eine XXL-Runde mit mehr Leuten. Falls ihr euch das wünscht, schreibt gerne eure Konstellation in die Kommentare. Das würde mich freuen. Würde ich jetzt eigentlich schreiben, it's not Gambo oder it's not not Gambo? It's not not Gambo eigentlich. Wenn man es jetzt richtig ernst nimmt, müsste es not not Gambo sein. Aber bis du das geschrieben hast, bist du schon abgemuchst. Oh Mädchen! Blau, 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 blau. Blau Mädchen. Oh, da ist ein Mörder abgemuchst worden. Wie lebt noch? Ich brauche noch drei Gold. Nur noch drei Gold. Es ist Frankreich, es ist Frankreich, es ist Frankreich, es ist Frankreich irgendwo. Frankreich? Frankreich. Oh! Oben wurde fallen gelassen. Frankreich lebt noch. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist zu viel Druck. Zu viel Druck. Wenn jemand zu dir hingebe. Zu viel Druck. Dann weiß ich, dass ein Franzose ist. Der Eiffelton. Ja, nee, aber das ist nicht Französisch. Das heißt, hallo, Französisch. Achso. Bonjour, genau. Wenn jetzt wer sagt, dann muss ich weglaufen. Wenn ich Bonjour in der Nähe höre, laufen sie einfach weg, oder wie? Warum eigentlich Frankreich? Ist das ein Optifine Cape, oder was? Ich habe so eine Frankreich-Flagge. Als Cape. Wie aber hinten am Rücken. Am Rücken? Okay, okay. Ich habe meinen... Yo! Hier sind Spinnen! Ich glaube, man spielt einfach Full Adventure. Ja, ist wirklich so. Okay, ich bin jetzt in so einer Safe-Zone-Truppe angelangt. Hier hat sich so eine Allianz zusammengetrommelt. Die Rebellion. Die Rebellion. Was läuft denn hier? Was machen diese ganzen Viecher da hinten? Was passiert eigentlich? Oh, 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 oh. Da wurde geschossen. Oh! Das war Frankreich. Das war anders Frankreich. Junge, hier liegen so viele Leichen in der Ecke. Das ist so krank. Ich kann das alles nicht mehr. Wie viele leben noch? Wow, das gucke ich mir an. Auf jeden Fall. Was ist das? Das ist ein Techno-Blade-Skin. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Let's go. 52% Mörder-Chance. 77% Detective-Chance. Junge, Junge. 100% Chance auf Mörder und Detective. Das wird die beste Runde ever. Oh nein, Frankreich ist mir mit dabei, Gambo. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Es ist Chloe. Hey, hier ist ein Sasuke. Boah, der sieht echt scuffed aus, der Skin. Oh mein Gott. Ich bin Detective. Officer Gambo ist wieder in der Stadt, Leute. Um für Recht und Ordnung zu sorgen. Boah, guck mal, Gambo. Der Typ hat meine Gedanken. Auf sie mit einem Satz. Was hat er geschrieben? Ah, perfekt. Oh Mann. Oh, da werden schon die Knochen gebrochen. Ich habe Riesenschnitte gerade gesehen. Ich bin es nicht. Na, weiß ich nicht. Boah, da hatte einer aber so einen richtig komischen Steve-Skin gerade. Der sah richtig widerlich aus mit so Blut und alles. Ich bin Detective, Leute. Also ich habe kein Blut in mir. Ich bin eine Meloner. Ich habe Wasser in mir drin. Rotes Wasser. Ich gucke mir das jetzt hier erstmal alles an. Jeder, der sass ist, wird aufgespießt. Hier, guck. Oh, Frankreich hat einen Bogen verloren. Uh. Ei, ei, ei. Leute, ich weiß nicht, die Kommentare schreiben, wer auch Frankreich ist. Wer auch Frankreich ist. Wo ist der Detective? Wann stirbt der endlich mal? Für den Bogen. Hey. Ich bin Detective. Ich bin hier für Recht und Ordnung zuständig. Ich will den Bogen nicht draußen haben. Ja, stimmt. Ich komme meiner Leute auf falsche Ideen. Ja, ja. Ich lasse das mal. Hier ist dieser Steve. Guck mal. Der ist richtig mit Blut überschmiert. Der schießt mich. Nein, nein. Weiß ich nicht, ob du es darauf ankommen lassen solltest. Der sinkt. Es ist pink. Aua. Ich habe mich richtig, richtig, richtig. Ja, mach ihn weg. Vor allem, ich habe es noch rechtzeitig gesehen, aber ich habe einfach nicht reagiert. Aua, 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 aua. Neu-Runde, neues Glück. 52% auf den Mörder. Haben die viele neue Maps angefügt? Ich weiß es nicht. Finde ich auch nicht, die hier. Ich spiele zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder Mörder-Mystery. Ich glaube, du spielst zum ersten Mal Minecraft. Ich spiel zum ersten Mal Minecraft. Das kann gut sein. Also so sieht es auch manchmal aus. 100% auf beides, Leute. Stark. 11%. Aber ich habe so das Gefühl, dass das hier die beliebteste Map ist. Irgendwie sind wir oft hier. Ich weiß aber nicht, warum. 11% kommt schon. Ich habe auch 11%. Boah, wie cool wäre das, wenn wir beide mal Mörder werden. Boah, das wäre anders lustig. Lustig, knusprig. Ich wurde instant weggemacht. Also wirklich dieses in der Sekunde weggemacht. Ich wurde da auch anders getargetet. Mann, ich brauche auch eine Nick-Funktion. Das ist doch kacke. Der hat nämlich schon wieder Gambolo reingeschrieben. Mann. Achso, das warst du. Boah. Du bist Mörder, oder? Sei ehrlich. Lebst du überhaupt noch? Ich habe jetzt gerade die Minus-Prozent gecheckt für dich. Ehrenmann. Mit 15% als Mörder in der neuen Runde. Komm schon. Jetzt dürfen nicht mehr so viele reinjoinen. Bitte. 12%. Das Ding geht krachen. Boah, ich habe aber... 10%? 10% ist eigentlich gar nicht mal so wenig. 10% ist schon viel. Guck mal, wir haben eine 2% Chance, dass wir beide sind. Ja. Rein da. Und ich bin unschuldig. Unschuldig. Ich bin ein rechtschaffender Bürger. Boah, die Map mag ich nicht. Weil man hier manchmal so random runterfallen kann an den Seiten. Ja, Kamo, es gibt was, das heißt Leertaste. Leertaste? Ja, das musst du hier nur wieder drücken. Die ist leer bei mir. Da ist keine Taste. Lustig, oder? Oh, wer ist es? Keine Ahnung. Da wurde aber irgendwo ein Bogen fallen gelassen. Oh, einer leckt hier anders durch die Gegend. Ei, 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 der spielt am Handy. Oh. Ich habe einen Bogen. Einen Bogen? Mir fehlen noch über viel Gold. Hier ist einer mit einer Melina-Skin. Ja, habe ich auch schon vorgesehen. Das ist einfach awesome Melina. Awesome Melina und Chaosloh werden umgebracht. Donald Duck. Check mal die Leiche ab. Ich wusste schon, wie Kamo's ruhig gelacht hat. Du wurdest auch umgebracht. Umgebracht. Aua. Gelähmt. Oh, danke, Kamo. Jetzt schallert es. Jetzt schallert es aber anders. Hä, du musst den Typen übersehen. Ein Detective wurde getötet. Kann sein. Ich bin hier anders am Schwitzen. Wie viele fehlen noch fünf Unschuldige übrig? Das kriegen wir hin. Das ist Gumbo Gaming Workout. Go, Gumbo. Noch vier Leute. Anders am Workout machen. Zwei noch, das kriegen wir hin. Oh, ein paar verstecken sich. Oh, einer hat einen Bogen, pass auf. Oh, nice. Ich habe ihn nämlich von unten gesehen. Ich wusste ganz genau, dass er da steht. Hä, ist das der andere Killer? Hier ist der andere Killer, ja. Oh mein Gott. Der wollte dich gerade killen. Let's go. Nein. Zehn Kills als Übermörder. Leute, das war eine anders starke Runde. Holy Moly. Ich hätte noch GG schreiben sollen, dann hätte ich noch ein paar Karma-Punkte bekommen. Oh, beans. Junge, das war so nice, dass Elida mit dem Skin in der Ecke und du auch. Ey, das sah so cool aus. Mann. Junge, kommst du nicht irgendwann nach Wikipedia-Österreich? Ich komme nächsten Monat sogar. Nee, übernächsten Monat. Habe ich dir doch gesagt. Wir sind doch im Dezember. Dezember bin ich doch in Wien. Dann würde er erstmal, ey, lass mal so einen richtig coolen Vlog raushasseln. Oh, Gamo wird so ein Weihnachtsbaum nachher. Wäre so Cosplay. Let's go. Leute, dann nehmen wir euch mal richtig mit, wie man so ein Tomahawk-Steak vernichtet. Oh, nein. Ja. Let's go, let's go. Lasst du positive Bewertungen nach, falls ihr einen coolen Wien-Österreich-Vlog wollt von uns. Das wäre geil. Reiner. Zack. Jo, bist du es, ehrlich? Nein, ich bin es wirklich nicht. Bist du es? Nee, ich bin es nicht. Jo, jemand schießt. Wo? Ich habe fünf Gold. Ich muss hier Brötchen verdienen. Ich muss die Familie versorgen. Warte mal. Hör ich, jemand, der könnte so Elina-Schwester sein vom Skin her. Echt? Ja. Du meinst wahrscheinlich mich. Ihr seht euch so ähnlich. Ja, ja. Wir werden auch, also Elina und ich werden auch verwechselt. Not Gambo, ehrlich bitte. Was denn? Was? Ehrlich bitte. Oh, Alex Gamer ist es. Bleuhaare. Ich bin es nicht. Alex Gamer. Murder. Murder. Not Gambo. Keine Faxen. Okay. Okay, klar. Geht klar. Ich mache nichts. Geh blo. Mann, Flo. Noch ein Gold. Dann kann ich hier für recht und Ordnung sorgen. Marktplatz. Nein, ich bin am Marktplatz. Es war, ja. Es ist Dragon Ball Z oder wie der ist. Bruder, ich muss hier aber ganz schnell weg. Ich habe kein Gold. Raus aus dem Marktplatz. Aber ganz schnell. Ja, Elina hat den gekillt. Stark, Elina. Auf Elinas Verlass. Das ist wirklich so. Elina ist also safe. Okay, Elina ist safe. Dann muck sich Elina diesmal nicht ab. Oh, ich weiß, was das ist. Soll ich sagen? Okay, nee, 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 nee. Darfst du nicht. Darfst du nicht. Darfst du die Farbe sagen? Nein, auch nicht. Wir spielen hier alles richtig. Alles geht hier nach Recht und Ordnung. Oh, schade. Nö, da war es nichts für die Bieder. Ich dachte, ich dachte, das wäre es jetzt der Move. Entschuldigung. Aber der Moves war es nicht. Der Move war es überhaupt nicht. Ich hätte einfach... Kampo, nein. Kampo schreit. Oh, nein. Oh, Mann. Das tut mir leid, ey. Masse nix. 95 Prozent. Wir gehen rein mit 36 Prozent. Oh, guck mal. Hier ist mit CLS GLS 63 AMG. Stark. Sehr, sehr starker Name, Bro. Sehr, sehr nice. Nein, der Spiel verlassen. Mit CLS GLS 63 AMG. Oh, nein. Er ist wieder drin. Er ist wieder drin. Achterbahn der Gefühle. Ich kann das alles nicht mehr. Riesenschnitzel. Yes. Ich lasse jetzt in die Party an. Absoluter Ehrenmann. Oh, Mann. Oh, Mann. I like the car. Der hat gar keinen Bock auf dich. Der hat gar keinen Bock auf dich. Ja, er ist beigetreten. Ehrenmann. Wie heißt du? Private Obelix. Moin. Wilder Skin. Das ist so ein Fukuila. Sieht wild aus. Der hat aber so ein... Der hat einen Kamo-Skin, ne? Der Junge, der ist Pro, ich sag's. Der ist gerade frisch aus dem Heiden Sieg gekommen. Der ist gerade frisch aus dem CLS 63 AMG. Boah, ich habe 1% Mörderchance nach der Mörderrunde gerade eben. Wenn ich sag's dir, wenn du das CLS 63 AMG ist, dann kicke ich ihn. Dann schallert's mich. Wie mache ich Party-Chat? Party? Keine Ahnung. Party. Tatsache. Ah, da steht jetzt aber, wie du wirklich heißt. Nein! Ich wurde geleakt. Ah, du wurdest anders geleakt. 1% Mörder. Boah, wenn ich mit 1% Mörder werde, dann raste ich hier komplett aus. Wenn der Mörder kommt, dann fahren wir mal weg im CLS 63 AMG. Ich bin unschuldig. Boah, ich hoffe wirklich, dass Mercedes-Benz CLS 63 AMG auch unschuldig ist. Weil dann können wir nämlich zusammenspielen. Mann, ey. Das ist so ein Fiebertraum, dieser Name. Das ist Top 3-Gambo Gaming in meiner Runden. Ja, Mann. So, 3 Gold haben wir schon. Ich weiß, was es ist! Wer ist es? Wer ist es? Grau, grau, grau. So ein mysteriöser Typ mit grauem Mantel. Grauer Mantel, okay. Du weißt, dass... Ah! Ich bin tot. Warte mal, wo ist Riesenschnitze? Wir gucken Riesenschnitze zu. Riesenschnitze, du musst die Runde holen. Ich weiß absolut nicht, wer mich umgebracht hat. Und selbst, wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Kamu, du bist kein Echter. Doch. Aber Kamu, vielleicht kann uns Mercedes-Benz CLS 63 AMG retten. Was macht der eigentlich? Warte mal. Guck dir dazu. Spielt der Kamu? Ja, warte. Ich, ich, warte. Da. Der hat... Oh, der hat einen Bogen. Der Mann ist anders am Machen. Hä? Warum ist der so ein Pro? Der ist anders am Machen. Aber ich denke, der hackt. Was ein Mann. Der haut die ganze Zeit gegen die Wand. Oh mein Gott. Der haut... Der chillt jetzt einfach in der Ecke und haut in die Wand rein. Oh mein Gott. Der hat mich nicht gesehen. Nein, das ist ein anderer Typ. Chance, die Mörder zu töten. Ach komm, der bleibt da jetzt eh stehen. Wir schauen uns Riesenschnitzel weiter. Da ist eine Schaufel ein... Junge, eine Schaufel ist nicht mal ein Schwert. Guck mal, ich dachte, der Typ hier. Der Kürbis. Ja. Officer Paluten. Ja, ich dachte, der will mich killen. Aber der hat nur eine Schaufel. Woher hat der überhaupt eine Schaufel her? Oh, Gambo, das war's. Wir haben mit dem TLS 360 MG enttäuscht. I'm going to play solo auf das. Sorry. Oh nein. Wir sind zu bad für ihn. Der hat wirklich... Der arbeitet gerade an seiner Stat. Der muss doch seinen AMG auftanken. Hast du eigentlich genug Gold mal für einen Bogen? Du läufst hier die ganze Zeit noch mit... Ich habe mit Bier. Bier? Flo, Junge. Junge, sehe ich aus? Habe ich an mit dem TLS 360 MG? Nein, Junge. Ich bin hier arm. Ich muss hier Gold ersparen. Ey, die können sich porten. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Okay, sag jetzt, wer ist es? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist gegen die Regeln, Flo. Nein, nein, nein. Es ist gegen die Regeln. Ich kann das alles nicht. Aber der hat einen lustigen Skin, muss ich sagen. Was macht Riesenschnitzel eigentlich? Gerade hast du inzwischen einen Bogen. Ja, guck mal. Du, er hängt da wirklich... Was ist das denn für ein übelster Cheatspot? Oh, ich sehe da diese Fledermäuse. Da hüpfen wir nichts, da? Guck mal. Ja, vielleicht. Oh, das sieht wild aus. Ja. Uff. Oh, das habe ich ganz genau gesehen. Ja. Let's go, Leute. Hey, es war ZLS, ZLS hat gewonnen. Ja, ZLS. Der stand da nämlich die ganze Zeit in der Ecke. Oh, der hat sich da raus. Der hat da anders rumgecheatet, sei ich dir ehrlich. Leute. Leute, ich würde sagen, das war es für heute mit Murder Mystery. Lasst eine positive Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Ein Beispiel, ein Ange für euch. Vor allem die OP-Mörderhunde von mir mit 10 Kills, Leute. Vielleicht schaffen wir das nächste Mal auch. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Checkt gerne die anderen Projekte ab. Minecraft Bottle und KI läuft bei mir gerade. Mongas wird auch noch öfter kommen. Und Minecraft-Tür exklusiv bei Chaoslo85, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Benson. Aua, ich wurde getötet.